Jeden Tag einen Schritt weiter gehen. Jeden Tag das Beste geben. Verantwortung übernehmen. Für meine Kunden mache ich das gerne. Mit Perfektion und Leidenschaft. Dabei den Überblick zu behalten ist nicht immer einfach. Als Unternehmer muss ich auf alles genau achten, gerade wenn es ums Geld geht. Was hat der letzte Monat gebracht? Welche Ausgaben haben Priorität? Muss ich erst einmal kürzer treten? Kann ich mir die nächste Investition leisten oder brauche ich einen Kredit? Nur wer seine Finanzen kennt, der kennt auch die aktuellen Möglichkeiten seines Unternehmens. Um immer alles unter Kontrolle zu haben, mache ich mir das Leben jetzt etwas leichter. Mit dem Cash-Radar. Alle meine Finanzen auf einen Blick. Egal bei welcher Bank. Ich weiß nicht nur, was passiert ist, sondern auch, was in den nächsten Monaten passieren wird. So muss ich mir weniger Sorgen machen, den Überblick zu verlieren. Und kann mich auf das konzentrieren, was mir am wichtigsten ist. Mein Unternehmen. Es ist seine vulnerabilitiesbros. Ich hoffe, ich habe mich Extra- condemniert. Ich hoffe, ich liebe era, aber schon. 衍t und mic rectangle zu verlieren. Ich weiß mir, was er nee. Ich hoffe brill an, es war. Ich hoffe, ich Cornelnikian zu dir. Ich hoffe, ich bin ge cancell, Ich hoffe, ich habe euch besser gemacht. ē echo eine Bevehört curling,